Heute mal nichts zu nölen und zu moppern. Heute will ich Ihnen einfach mal Appetit machen auf einen großen Spaß. Auf die neuen E-Roller, die sich inzwischen überall auf der Welt den Stadtraum erobern. Und für die der Bundesrat an diesem Freitag endlich auch den Weg für ihren Siegeszug in Deutschland freigemacht hat. Mainz wird mit Sicherheit zu den Städten gehören, in der sich die kleinen Flitzer pilzartig ausbreiten werden. Ich hatte in dieser Woche Gelegenheit, die E-Roller einem touristischen Praxistest im schönen Wien zu unterziehen. An jeder Straßenecke der Innenstadt stehen die Flitzer herum. Sechs Anbieter haben die Stadt mit 3.000 bis 4.000 Rollern geflutet. Das führt aber keineswegs zu dem Chaos, das der deutsche Bedenkenträger gerne heraufbeschwört. Nicht auf den Bürgersteigen, auf denen sie abgestellt sind, und nicht auf den Radwegen und den Straßen, auf denen man im Gleichklang mit den Fahrradfahrern mit rund 20 Stundenkilometern durch Wiens Bezirke flitzen kann. Auch wer sich zunächst erst die App eines Rolleranbieters herunterladen muss, ist mit seinem Smartphone innerhalb weniger Minuten startbereit. Kreditkartennummer eingeben, die App mit dem zugemähten Kundencode scharfschalten, den QR-Code des Rollers einscannen und schon geht's los. Ich habe bei meinem zweieinhalb-Stunden-Trip zwischen Wiener Staatsoper und Hofburg, zwischen Stephansdom und Burgtheater, gleich drei verschiedene Anbieter und Roller ausprobiert. Und ich habe die Stadt im Wissen um meinen deutlich vergrößerten Radius viel offener erkundet, als beim gezielten Ansteuern der Sehenswürdigkeiten. Mal gucken, was es hier so zu entdecken gibt, lautet die Devise des touristischen E-Rollers. Ich muss mal eben in den achten Bezirk, sagt dagegen der einheimische Rollennutzer, der dem dichten Stadtverkehr mit dem Scooter ein Schnippchen schlagen möchte. Kein einziges Mal bin ich von Autofahrern, Radfahrern oder Passanten angemacht worden, obwohl der Roller natürlich auch dazu einlädt, belebte Plätze zu kreuzen und allen Bahnstraßen in Gegenrichtung zu befahren. Ach, hätten wir doch mehr von dieser Wiener Gelassenheit. Mein Ratschlag geht an die Bundesregierung. Gut, dass die Verordnung über die Teilnahme von Elektro-Kleinstfahrzeugen am Straßenverkehr und zur Änderung weiterer straßenverkehrlicher Vorschriften, Zitat Ende, endlich durch ist, aber tauft sie doch bitte in gute Rollerverordnung um. Mein zweiter Ratschlag geht an die Mainzer Stadtwerke. Macht euer Leihratssystem ganz schnell smarter. Wenn man auch künftig erst einen Mitgliedsausweis mit Jahresgübe braucht, die man in einem MVG-Shop erstehen muss, dann werden eure Leihräder bald von diesem wunderbar flexiblen Spontanleihsystem der E-Scooter abgehängt.